Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam auf 100 Jahre Westfalen zu blicken. Wir sind ein Familienunternehmen und dürfen das heute Abend nochmals mit all unseren Sinnen wahrnehmen. Und ich möchte mich im Namen von uns allen bedanken bei Familie Fritsch-Albert für dieses wunderschöne Fest. Und ich möchte mich im Namen von uns allen bedanken bei Familie Fritsch-Albert für dieses wunderschöne Fest. Und ich möchte mich im Namen von uns allen bedanken bei Familie Fritsch-Albert für dieses wunderschöne Fest.